Hi Leute, und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir auf unserem Kanal, emilovs.asmo. Oh, dieses Video wird nur ein kurzes sein, denn ich wollte euch meinen neuen Mikrofonaufsatz zeigen und ich bin sehr sehr glücklich, dass der jetzt da ist, weil der so schöne Brushing Geräusche macht. Und dann habe ich gedacht, ich mache einfach ein kurzes Brushing, ein kurzes Brushing Video, wo ich einfach nur ein bisschen eure Ohren massiere. Und wenn ihr das fühlen könntet, dieser Umsatz ist so unfassbar weich und fühlt sich richtig gut. Und ich habe gerade dem großen Bruder von der Emmy, dem Ben, diesen Aufsatz gegeben, weil er ins Bett musste. Und hat gesagt, der ist ja viel weicher als mein allerliebster, liebster, 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 liebster. Und er wollte ihn gerade nicht mehr hergegen. Und ich habe gesagt, ich muss dieses Video für meine Freunde machen. Deswegen würde ich mir noch mal kurz ausleihen. Nehmt euch eure Kopfhörer und lehnt euch zurück, schließt die Augen und genießt. Wie ihr vielleicht sehen könnt, haben wir schon Weihnachten hinter uns gelassen. Der Tannenbaum ist raus und wir wollen uns jetzt auf ein gemütliches Beisammensein und ein entspanntes Silvesterfest. Rollt ihr euch auf der Wester und aufs neue Jahr? Gibt es bei euch Rögelte? Rögelte, 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 Rögelte. Oder was macht ihr am Silvester? Rögelte, 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 Rögelte. So meine Freunde, das war es auch schon mit dem kurzen Brushing, 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 Brushing Video. Ich hoffe es hat euch gefallen und ihr schaut demnächst wieder rein, wenn ein neues Video kommt. Ich wünsche euch einen ganz entspannten Tag und ich hoffe ihr liked und abonniert. Das motiviert mich immer sehr noch weitere Videos zu machen. Also, wenn ihr mehr Content sehen wollt, könnt ihr mich damit sehr gerne unterstützen. Also, Wir sehen uns. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020